Hallihallo hallo schön Leute und willkommen wieder zu unseren zwei Sims 2 Parts und ihr hattet den Wunsch einen Weihnachtsbaum in das Wohnzimmer zu stellen selbstverständlich werde ich diesem Wunsch nachgehen fragt sich nur gerade wo ich den hinknall den Weihnachtsbaum ist ja auch bald Weihnachten sind ja nur noch zwei Monate um nicht hier ich will nicht wohl Weihnachtsbaum hinter aber glaube ich hier oder war der Echter oder wo macht denn der Weihnachtsbaum hier irgendwo muss der Weihnachtsbaum sein irgendwo ich habe mir auch mal überlegt es gibt ja auch noch für draußen so einen riesen Weihnachtsbaum den stelle ich auch hin hier der ist ein bisschen klein das ist ein schöner Weihnachtsbaum genau so für fast 300 Simmelons hoffe ich dass der auch was taugt der Weihnachtsbaum und für draußen kann man sich auch noch so einen riesen Weihnachtsbaum in den stelle ich einfach jetzt machen wir haben zwar erst Herbst aber egal die Frage ist nur wo finde ich den ich weiß dass es ihn gibt ich weiß dass es diesen Weihnachtsbaum gibt wo wir gerade mal dabei sind man könnte doch eigentlich hier mal ein paar Bäume hinpflanzen Mensch unsere Sims sind so baumlos ich pflanze jetzt einfach mal ein paar Bäume hin ein paar schöne so damit er mit so schönen Schatten haben Brotbaum weil da stelle ich auch noch meinen Baum hin gut muss lang was Bäume angeht aber wo finde ich denn jetzt diesen riesengroßen Weihnachtsbaum den man in den Garten stellen kann das sind alles nur Autos ohje es gab ihn das weiß ich nur wo schon weil ich ziemlich sicher dass es den hier irgendwo gibt das sind die ganzen Blumenbeete da oh genau ich will draußen auch noch einen Weihnachtsbaum haben ok wo stellen wir dich hin ich stelle dich hier hin mir kommt da so als Idee ah gut da haben wir keinen Platz mehr irgendwie so eine kleine Lagerfeuerstelle da haben wir keinen Platz mehr ah ärgerlich na gut wenn ein von euch einfällt wo man noch eine Lagerfeuerstelle hinbauen kann dann einfach unter das Video schreiben ihr kennt die vorgehensweise ja nun gut äh zock mal weiter wir haben ja nun die ersten vier Minuten damit verbracht das Haus mal wieder zu verschönern so um ach was mach ich denn dahin will ich so um ähm Auto wegfahren wegfahren Platz bleibt am Ball Kochwettbewerb na gut na äh wir gehen mal in den Lebensmitteln laden ich hoffe da gibt's dann auch das zu kaufen auch das zu kaufen was ich kaufen will nämlich ups noch mehr Spiele für unsere Konsole so alles bisschen mit Nachdruck hier Ben so unser Butler geht nach Hause Günders Lebensmittelladen ja ich hoffe der Günder hat jetzt noch auf diese Ladeszenen kann man leider bei Sims 2 nicht vermeiden oder allgemein bei den Sims Spielen ach komm schon da ist sie noch das hängt auch extrem zumindest kriegt man jetzt Musikuntermalung besser als gar nichts und das passt nicht mehr von der Musik her na endlich genau ähm ey weh das gibt's jetzt nicht doch kaufen unbedingt steht ein bisschen verkehrter rum oder ich glaub Benny muss hier hinkaufen oder ach ne das sind ja Zeitschriften stimmt aber trotzdem es steht ein bisschen verkehrter rum oder sag ich doch sag ich doch es steht total verkehrter rum und ich kann es nicht ändern extrem geil ich bin halt Hunger Töte du gehst auf auch Spiele wir kaufen uns mit Sim kaufen uns jetzt alles Schön Wenn man sich hier noch so kaufen, kann man sich hier zufällig ein Handy irgendwie besorgen. Sieht schlecht aus. Unsere Sims können sich auch ein Handy kaufen, aber dazu bedarf es einem speziellen Automaten, der hier nicht vorhanden ist. Das ist natürlich immer wieder sehr schön, wenn da... E-Aceports, FIFA 08, das kaufen wir uns auch noch. Kaufen uns einfach alle Spiele, wenn wir nur dann schön zocken können. Ich stehe da eigentlich für Spiele im Regal. Die Sims steht drin, SimCity 4. Komisches Spiel. SXX3, das steht immer. Oh, okay. Sehr interessant, was hier so für Spiele stehen. So, jetzt kaufen wir uns Spore. Oh, Spore ist ein geiles Spiel. Also Spore ist ein richtig geiles Spiel. Spore habe ich ja auch und da überlege ich echt, ob ich... Ja, hier steht es ja auch, Spore. Bei Spore überlege ich echt, ob ich davon auch mein Let's Play mache. Kommandant Conquer, das ist auch so ein Kandidat für ein Spiel, von dem ich mal ein Let's Play machen könnte. Also generell, Kommandant Conquer, generell. So. Na, die Beeren Wars könnte ich auch zocken. Aber ich mag generell irgendwie bei Kommandant Conquer. Ich glaube ja, ich habe doch mal einen kleinen Einblick davon bekommen. Was ich denn vielleicht mal plane. Also Spore würde ich liebend gern Let's Playen. Mal gucken, ob es auch mit der Aufnahme und alles klappt, weil Fraps frisst ja einiges an Ressourcen. Und muss ich gucken, wie das Spiel dann läuft. Außerdem habe ich ja jetzt noch Projekte am Laufen und... Irgendwann mal. Aber ich könnte es eigentlich mal in meine geplanten Projekte mit hinein... Schieben. Weil Spore sind richtig cooles und... Lustiges Spiel habe ich zwar noch nie durchgespielt. Ich bin immer nur bis zum Schluss, bis zur Weltraum... Epoche da gekommen und dann nicht mal weiter. Aber okay, das könnte man ja im Let's Play verändern. Oh, es gibt es nie zu kaufen. Schmuck. Ich meine, wir können uns ja kaufen, wie wir lustig sind. Wir sind ja übelst die Bonzen. Jetzt gibt es nie ein schönes... Achso, ja. Oh, jawoll. Ben wird so aussehen. Ist klar. Ne, danke. Danke. Okay. Na okay, brauchen wir nicht. Wollen wir nicht. So. Ich möchte nochmal zum anderen Gemeindekorschaftsgrundstück fahren. Weil ich gerne ein Handy hätte. Gehen wir mal ins Einkaufsparadies. Ich würde Ben gerne ein Handy kaufen. Wenn dies denn möglich wäre. Oh, hier ist so ein Dieb. So ein hinterhaltiger Schalunke. Oder wie. Scharlatan. Hinterhaltiger Scharlatan. Aber wir fahren jetzt eh weg. Auf nach Downtown. Ja. Jetzt verbringen wir die ganzen zwei Parts mehr mit, äh, Ladeszenen. Aber, okay. Kann ich leider auch nichts dran ändern. Aber ihr könnt euch ja mal, äh, Gedanken drüber machen, was denn jetzt so als nächstes kommen wird. Ben hat mal einen Schluck getrunken. Ähm, was so als nächstes kommen wird. Oder kommen soll, eurer Meinung nach. Was sollen die Sims machen? Also. Ich kann sie in die Downtown schicken, wie ich Ben jetzt gerade in die Downtown schicke, zum Party machen. Oder. Die können mir ja schön essen gehen. Oder machen eine Homeparty. Gut bei Homeparty. Da wird's wieder schwer. Wegen Freunde. Meine Sims haben ja noch nicht so die Freunde. Oh. Da müsste ich erst im Vorfeld ein paar Freunde haben. Oder schicke die Sims einfach in den Urlaub, was ich ja sowieso noch machen werde. Also in den Urlaub werde ich die Sims auf jeden Fall schicken. Und zwar an alle drei Urlaubstiege. Also Karibik, die Berge und nach Asien. Und da muss man ja irgendwie so Ziele erfüllen. Hab ich mal gesehen. Und ich hab's noch nie geschafft, alle Ziele da zu erfüllen im Urlaub. Und das würde ich in diesem Let's Play gerne abändern. Dass ich dann alle Ziele hinbekomme. Und das total.